Wie funktioniert eigentlich ein Benzindruckregler und wie regelt der Benzindruckregler den Benzindruck? Um euch zu zeigen, wie so ein Benzindruckregler arbeitet, haben wir hier mal unseren Messemotor mitgenommen. Das ist unser Beispielmotor, an dem wir viele Sachen erklären können, der fast überall aufgeschnitten ist oder eigentlich überall aufgeschnitten ist und wo man super erkennt, wie so ein Motor an sich funktioniert. Auch das Kraftstoffsystem ist hier so ein bisschen schematisch dargestellt. Wir haben unseren Surge Tank dahinten, der praktisch den Tank darstellt oder halt jetzt auch ein Surge Tank, der zum Tank angeschlossen wäre, wo dann durch einen Kraftstofffilter der Kraftstoff durch die Leitung in die Einspritzleiste kommt. Das ist das Ding hier vorne. Ist jetzt natürlich eine schöne große von Nuke. Von der Einspritzleiste geht der Kraftstoff in den Motor über die Einspritzventile. Dahinter sitzt der Kraftstoffdruckregler, Benzindruckregler, wie auch immer man das Ding nennen möchte und der regelt den Kraftstoffdruck, der in der Einspritzleiste ist. Jetzt fragen sich einige oder jetzt kommt oft diese Frage, wie funktioniert denn das überhaupt, weil das Ding sitzt ja hinter der Einspritzleiste und nicht vor der Einspritzleiste, um den Düsen zu sagen, wie viel Druck da ankommen soll. Das Prinzip funktioniert relativ simpel. Der Druckregler verengt sozusagen den Rückfluss in den Tank. Was wäre jetzt, wenn dieser Regler nicht da wäre? Es würde sich in dem Sinne gar kein richtiger Druck aufbauen, weil die Pumpe fördert vorne den Kraftstoff Richtung Einspritzleiste und dann geht das über den Rücklauf zurück zum Tank. Per se in einen drucklosen Raum oder ein offenes Behältnis. Das heißt, die Pumpe würde ähnlich wie in den Wasserschlauch in einen Eimer einfach nur den Kraftstoff da rein sprudeln. Ich habe keinen wirklichen Druck im Schlauch. Dadurch kriege ich auch keinen Druck zustande in den Einspritzdüsen, um Kraftstoff in den Motor unter Druck zu befördern. Dafür gibt es den Kraftstoffdruckregler und der macht nichts anderes, als diesen Querschnitt des Rücklaufs zu verengen. Er bildet praktisch einen Widerstand. Das heißt, der Kraftstoff kommt hier an, ab hier wird verengt. Man muss sich das vorstellen wie beim Gartenschlauch. Ich drücke den Schlauch zusammen, dann bläht sich der Schlauch dahinter ein bisschen auf und der Strahl ist stärker, weil der Druck im Schlauch höher wird. Und dann lässt der Kraftstoffdruckregler den Rest des Kraftstoffes zurücklaufen. Umso weniger hier zurückläuft, umso höher wird der Druck in der Einspritzleiste. Wie stelle ich denn nun den Kraftstoffdruck ein? Das tue ich an dem Benzindruckregler mit Hilfe solch einer Anzeige. Die kann ich extern verbauen, die kann ich an einem Benzindruckregler verbauen und habe dann hier meine Einstellschraube und stelle dann im Leerlauf des Motors, das heißt der Motor muss laufen, keine Last, einfach nur laufen lassen, dann stelle ich den gewünschten Kraftstoffdruck ein. Und zwar den Standard- Kraftstoffdruck. Nicht den Systemdruck, den Gesamtsystemdruck, den ihr später mal braucht mit Ladedruck, sondern ihr stellt ein, was ihr als Grunddruck haben wollt. In der Regel sind das 3 Bar oder 4 Bar Kraftstoffdruck. Je nachdem, der Abstimmer könnte euch auch einen anderen Wert sagen, dann nehmt ihr den. Zusätzlich haben die Benzindruckregler im Bereich von der Einspritzung oder von Turbomotoren oder speziell für Turbomotoren einen Unterdruckanschluss. Dieser Unterdruckanschluss geht zur Ansaugbrücke und misst eigentlich nicht den Unterdruck, sondern den Überdruck der ganzen Sache. Das heißt, hier entsteht der Ladedruck, den ihr später im Motor habt, der durch den Turbolader erzeugt wird. Und gibt diesen Ladedruck an den Kraftstoffdruckregler weiter. Damit wird eine Membran nach unten gedrückt und die reduziert weiterhin den Rückfluss zum Tank wieder. Das heißt, wieder eine Erhöhung des Kraftstoffdrucks. Das heißt, der Druckregler passt immer äquivalent zum steigenden Ladedruck den Kraftstoffdruck an. Jetzt gehen die Meinungen ganz schön auseinander, warum denn der Kraftstoffdruck mit steigendem Ladedruck denn steigt. Viele denken, es liegt daran, dass dadurch die Einspritzmenge erhöht wird. Und weil der Turbomotor dann mehr Luft fördert, auch mehr Kraftstoff in den Brennraum muss. Das ist so nicht ganz richtig, sondern es geht darum, den Gegendruck, der praktisch in dem Ansaugbereich, also in dem Ansaugkrümmer herrscht, dem entgegenzuwirken. Das heißt, man müsste sich das so vorstellen, wenn ich 3 bar Kraftstoffdruck habe, aber auch 3 bar Ladedruck, dann würde das Einspritzventil keinen Kraftstoff mehr in den Brennraum bekommen, weil es wäre praktisch drucklos, beziehungsweise es wäre eine Wand, also es würde nur noch reinkleckern. Und damit ich dieses vernünftige Spritzbild habe, was ich brauche, muss ich immer dafür sorgen, dass ich praktisch einen äquivalenten 3 bar Kraftstoffdruck habe. Das heißt, bei einem bar Ladedruck muss ich mit 4 bar einspritzen, um auf diesen 3 bar Äquivalenzdruck zu kommen. Und erst dann habe ich die gleichmäßige Verstäubung, egal wie hoch der Ladedruck ist, erzeuge ich immer für eine ordentliche, gleichmäßige Verstäubung des Kraftstoffes, um ordentlich im Brennraum einspritzen zu können. Wichtig ist in dem Fall zu verstehen, dass sich der Kraftstoffdruck erhöht. Das heißt, umso mehr Ladedruck ihr fahrt, umso mehr Kraftstoffdruck habt ihr. Und dann ist der entscheidende Punkt, die Kraftstoffpumpe muss bei diesem Druck die Förderleistung bringen, um die Kraftstoffmenge nach vorne zu bringen, die ihr benötigt für eure Leistung. Und das am besten noch mit einem entsprechenden Sicherheitspuffer. Dafür haben wir aber ein extra Video gemacht über Kraftstoffpumpen. Das könnt ihr euch mal angucken. Da erklären wir den Zusammenhang, wann eine Kraftstoffpumpe ausreichend ist und wann nicht. Wann brauche ich einen anderen Kraftstoffdruckregler? Dann, wenn ich den Kraftstoffdruck einstellen will. Früher hießen die explizit einstellbarer Kraftstoffdruckregler. Heutzutage heißen sie nur noch Kraftstoffdruckregler. Welche Größe ich brauche, hängt davon ab, wie viel Leistung ich fahre oder wie viel Kraftstoff dort durchfließen muss. Dafür haben wir bei uns Leistungsangaben im Webshop für die verschiedensten Modelle, die es gibt. So wie von den Anschlüssen, die man haben möchte. Ob man einen V-Motor fährt mit zwei Einlässen, einem Ausgang etc. Da gibt es verschiedene Bauformen für die verschiedenen Motortypen. Eine Besonderheit gibt es noch von FuelLab. Ist jetzt hier nicht verbaut. Das ist ein Kraftstoffdruckregler elektronisch gesteuert bzw. steuert dieser die elektronischen Kraftstoffpumpen. Der misst, wie viel Kraftstoff zurück zum Tank geht und passt danach die Geschwindigkeit der Kraftstoffpumpe an, damit diese nicht mehr fördern muss als notwendig und damit den Kraftstoff selber nicht so erhitzt. Weil, jeder weiß, heißer Kraftstoff heißt weniger Leistung, kühler Kraftstoff wie bei der Ladeluft mehr Leistung. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr weiterführende Fragen zu dem Thema habt oder euch Fragen zur Produktauswahl, wie euch da irgendwie weiterhelfen sollen, dann steht unser technischer Support zu eurer Verfügung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Dankeschön.